Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldwurstgate 3 gibt es im Gasthaus zum letzten Licht ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten aus Maragdhain und eine Unterredung mit Jahira. Und die schmeckt Dringil so gar nicht. Los geht's! Im Inneren des Gasthauses zum letzten Licht, welch prophetischer Name, warten Jahira und einige andere Bekannte auf uns. Wir wollen sie nicht länger warten lassen. Das Gasthaus ist recht groß. Es gibt ja noch so einen halben Keller unten mit diesem Hafen. Das wissen wir schon. Und auch ein Obergeschoss. Und vielleicht oben auch noch so ein Belvedärchen oder was auch immer das da sein soll. Der Brunnen hier ist ausgetrocknet. Das hier ist das Banner der Hafner. Das wir es auch mal gewürdigt haben. Es ist nämlich quasi durchweg weiß und in Blautönen gehalten. Das finde ich gut. Hier sind zwei Hafner. Die sprechen wir alle nicht an. Wer was will, der soll sich melden. Es gibt gar keine Türen. Hat ein bisschen was von einer römischen Villa hier. Von der ganzen Architektur her, oder? Nicht so mit Butzenglasfenstern und Fachwerk. Wo ist denn Jahira? Da ist sie. Ja, ja. Bin schon da. Was hast du hier? Karte der Schattenlander. Gut, wir reden erstmal mit dir. Das ist sonst unhöflich, dich hier anzusprechen. Sie hat den Segen von Selune. Oh, das wird Schatten jetzt aber gar nicht gefallen. Sie ist hoher Hafner von Baldur's Tor und Stufe 8. Jahira. Also mal ehrlich, du bist doch nicht Stufe 8. Bitte. Sei willkommen. Habe einen Drink. Oh, mein Gott. Zu deiner sehr guten Gesundheit. Nun gut. Also, ich als Spieler war schon ein bisschen überrascht, wie schnell sich hier der Wind dreht und das Wetter wechselt. Und Dringil noch viel mehr. Deswegen Motiv erkennen. Ihren Blick ungerührt erwidern. Während du ihre Körpersprache beobachtest. Da, Dringil. Bitte. Bitte versage nicht. Das geht auf Weisheit. Im Verteil. Grundschurke. Weil wir das aus der Schurkenklasse heraus machen. Ja. Also, komm. Bitte. Das war aber knapp. Bei zwei gleichen Zahlen gewinnt der linke Würfel. Merkt euch das. Alles klar. Sie ist nervös. Darauf bedacht, dass wir den Wein zuerst trinken. Nicht alle Schurken erdolchen oder erschießen ihre Opfer von hinten. Manche bevorzugen Gift. Heilkunde. Haben wir auch einen Vorteil, weil es hier situationsabhängig ist. Weil wir irgendwie, ne, hier im Vorteil sind. Weil wir die Situation durchschauen. Dringil, dein Gesicht sagt schon, dass du die Situation durchschaust. Guck ein bisschen neutraler, bitte. Ja. Also, am Wein riechen, um zu untersuchen, ob er mit etwas versetzt wurde. Bitte mit einem Schlafmittel. Wir sind halb elf. Aber so dumm kann sie nicht sein. Das sieht man, dass wir halb elf sind. Nur Goblins waren so dumm. Ja, komm. Das schaffen wir doch mal hoffentlich. So, komm. Ja. Ende Gelände hier. Los, aus Quades. Du merkst einen feinsten Hinten von Klausgras. Eine Herbe, die gesagt wurde, um die Wahrheit zu erlösen. Jahira schreit dir, wunderschönlich. Er hat nicht den Rast, wenn das, was du fragst. Und Dringil antwortet, ich verwende zum Verhören ja lieber Venians Atem. Ist völlig geruchlos. Nein, aber es lähmt. Was auch kommen mag. Mir wäre lieber, ihr stündet auf euren eigenen Zweibeinen. Tja. Also, den Wein jetzt zu trinken ist natürlich ein Zeichen der Stärke. Oder auch ein deutliches, diplomatisches Signal. Dringil überlegt kurz, gibt es irgendwas, was er ihr verheimlichen würde? Wollen würde? Ah, diese ganze Traumbesuchergeschichte ist natürlich schwierig. Wir haben uns auf, oder Dringil hat sich auf, auf Anraten des Traumbesuchers eine zweite Augenmade eingesetzt. Und er ist sich noch nicht völlig sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Aber die Einzige, die vielleicht irgendwas darüber wissen könnte oder in Erfahrung bringen könnte, ist tatsächlich Jahira. Deswegen muss er dieses Thema mit ihr sowieso ansprechen oder anschneiden. Weil, wenn er sie nicht fragt, wie soll er sonst fragen? Elminster war ja nicht für ein Interview zu haben. Sie hingegen schon. Also ja, wir trinken den Wein. Das war ja nicht für ein Jahr. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when Illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The Parasite is changing you. Isn't it? Oh, langsam, Jahira. Also, sie lobt erst den Wein und schafft dann irgendwie eine nicht ganz so geschmackvolle Überleitung, wie ich finde, zu Illithidenlarven-Infizierten. Und spricht aus Erfahrung, dass selbige verändert werden. Offenbar ist irgendwer, der ihr nahe stand, da mal infiziert worden. Oder sie kennt ein Heilmittel. Das ist die andere Variante. Das wäre natürlich hochgradig interessant. Antwortet mir und sagt die Wahrheit. Der Parasit verändert euch, nicht wahr? Hm. Naja, Trinkiel wollte ja von ihr was erfahren. Er hätte jetzt zwar nicht unbedingt diesen Einstieg genutzt, sondern einen anderen. Aber, ja, der Parasit gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Gehen wir mal davon aus, dass die Helden während einer Nachtrast schon mal ein bisschen mit diesem Lebenspunkte hin und her übertragen gespielt haben. Also, irgendwer hat sich mal in eine Finger geschnitten und ein anderer hat dann versucht, das zu heilen mit seiner, ne, vollen Lebensenergie. So, in die Richtung haben sie bestimmt mal schon ein Experiment gemacht. So interpretiere ich das. Sie wissen also, dass es funktioniert. Zumindest die, die halt diesen zweiten Parasiten in sich tragen. Und deswegen können sie sagen, ja, der Parasit gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Das ist ja auch genau das, was der, äh, der Traumbesucher von uns wollte. Wir haben mal den Vorteil aus der Spinnenseitenrüstung. Achso, die gibt uns einen Vorteil wegen der ganzen Geschichte. Wir hätten also gar nicht so schlechte, eine gar keine so schlechte Chance, sie anzuschwindeln. Ne, wir machen Option 2. Ja, der Parasit gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Schau dich rund um. Gute Männer, gute Frauen. Strandet hier, zwei Kilo in der Grabe. Wenn wir überleben, habe ich keine Wahl, aber zu dir vertrauen. Kann ich? Äh, was? Wieso? Ich hab doch, äh, äh? Ich hab doch wahrheitsgemäß geantwortet. Gut, okay, also, sie sagt, seht euch um. Gute Männer, gute Frauen, alle hier gestrandet und unter der Erde. Vielleicht im Unterreich oder was auch immer sie meint. Wenn wir überleben wollen, muss ich euch trauen können. Kann ich das? Also, diese Antwort ist jetzt total komisch. Sie flößt uns was ein und glaubt's dann immer noch nicht. Und geht auch gar nicht auf das Gesagte ein, sondern fragt völlig allgemein. Also, wenn die so komisch drauf ist, dann kann Trinke nur schnippisch antworten. Ich dachte, ich wäre die Antwort auf eure Gebete. Das war ein öffentliches Display von Hoffnung. Außer privaten Reservations. Ich habe alle Reise, um sich kassierig zu sein. Ich habe Leute wie dich, wie du. Leute mit Parasiten in ihren Gebeten. All the way here from Baldur's Gate. The Kult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly and with unsettling deliberation. We track them to this ancient village, only to be faced with a man. We killed and buried over a century ago. Was? Nochmal langsam. Also, sie erzählt, dass sie seit Baldur's Tor diesem Kult der Absoluten nachstellt, der die Stadt infiltriert und sich dort ausbreitet. Kultisten, die eben zum Teil solche Parasiten im Kopf haben. Und sie hat mindestens ein davon bis hier in diese Gegend zurückverfolgt. Und dann sagt sie noch, wir haben sie bis zu diesem alten Dorf verfolgt, nur um mit einem Mann konfrontiert zu werden, den wir vor über 100 Jahren getötet und begraben haben. Wen meint sie denn? Ketirik Thorne, oder was? Das wäre jetzt mein Verdacht, auch dringend jetzt Verdacht. Wer war, beziehungsweise ist er? General Ketirik Thorne. Aha. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciers beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketirik Thorne live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless. But the experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Aha, also. Dinky hatte recht. Sie redet von Ketirik Thorne und der ist derjenige, der schon als General der Absoluten, uns gegenüber erwähnt worden ist, von, ich glaube, Nere. Also, Ketirik Thorne, der aber schon tot war und sicherlich, also unserer bisherigen Kenntnis nach, nicht den Kult der Absoluten irgendwie initiiert haben kann. Der, wenn überhaupt, oh, ist das hinten rechtshinten, ist das nicht unser guter alter Barkus Wroth? Ja, wahrscheinlich. Ja, Mischtheitrenke, sehr gut. Also, Ketirik Thorne ist angeblich der Anführer der Absoluten, beziehungsweise mindestens einer Armee, die sich irgendwo sammelt und Baldurs Tor bedroht. Und Jahira hat ihm einen Pfeil durchs Auge geschossen und er hat ihn rausgezogen und sich geheilt. Dinky fragt sich, dann schießt nach einem Pfeil der Ilmata, dann passiert das nicht. Ach, ja. Na gut, also er hat sich den Pfeil rausgezogen und geheilt und sie hält Ketirik Thorne für unbesiegbar und unsterblich. Obwohl sie ja selbst dabei war, als Ketirik Thorne niedergeschlagen und begraben worden ist. Alles seltsam. Nun denn, sie spannt den Bogen zurück zu dem, was Trinkel ihr entgegengeworfen hat, von wegen hier Gebete und so weiter. Wir sind die Antwort auf die Gebete, die hier gesprochen wurden. Und ja, sie spricht auch von Hoffnung und sagt dann, diese Hoffnung seid ihr. Also sie weiß im Moment wohl nicht weiter, wie sie gegen Ketirik Thorne im Besonderen vorgehen soll. Ihr glaubt, ich kann ihn töten? Nicht sofort. Protektiert von eurem Artefakt. Ihr könnt seine Forderungen in der Moonrise-Tauern ausführen, als ein wahrer Mensch. Findet, was es ist, das ihn invincibar macht, damit wir ihn von seiner Vorteil entfernen können. Einmal Ketirik ist ohne seine Schmerzen, die Schwung. Zusammenfassern wir seine Tauern und ein finales Ende zu diesem Blatt. Und wenn wir das wissen und beseitigen können, dann können wir auch zum großen Schlag ausholen. Sobald Ketirik Schild und Schwert verloren hat, greifen wir seinen Turm an. Wir machen dieser Plage ein Ende. Das ist schwierig mit der Infiltration. Wir haben ja wahrer Seele nähere gegenüber. Also, ich artikuliere mal wieder ein bisschen die Gedanken von Drinkiel, weil das ja ein Rollenspiel-Let's Play ist. Ich klicke nicht einfach dumm irgendwas durch, sondern ich erzähle euch, wie ich zu meinen Gedankengängen komme. Deswegen dauert es auch so lange. Tut mir leid. Also, wir hatten im Gespräch mit Nere, in dem kurzen Gespräch, das dann blutig endete, hatten wir ihm ja gesagt, irgendwie, dass wir nicht wollen, dass er die tiefen Gnomensklamen tötet. Und dann behauptete er, die Absolute hat ihm aber gesagt, dass er das tun soll. Und das war für ihn ein Grund, uns anzugreifen, obwohl er ja wusste, dass wir auch wahre Seelen sind. Das heißt, Nere muss sich unglaublich sicher gewesen sein, dass wir, obwohl wir dem Anschein nach wahre Seelen sind, doch keine sind. Sonst hätte er uns ja nicht angegriffen. Das heißt, die Tatsache, dass wir die Befehle der Absoluten nicht hören können, ist ja ein, ist ja eine Achillesferse oder eine offene Flanke in unserer, in unserer Scharade. Jede wahre Seele, die uns gegenüber tritt, kann uns ja sagen, hört ihr, was die Absolute gerade sagt und wir müssten dann raten, was sie wohl sagt. Und wenn wir daneben raten, dann, ne, dann machen die alle den näher. Also das überlegt sich Trinke gerade und denkt sich, ja, das wird aber nicht so einfach, wie sie sich das vorstellt. Wir sind halt keine wahren Seelen. Wir kommen, also die erste oberflächliche Prüfung, die überstehen wir vielleicht, aber danach hört es ziemlich schnell ziemlich auf. Hm. Also. Ein Gedenk dieser Gedankengänge antwortet Trinke, ihr wollt meine Infektion ausnutzen. Ich will davon geheilt werden. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic gatherix using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Mhm. Sie sagt, ähm, jede Heilung setzt das Verständnis der, ähm, zu heilenden Krankheit voraus. Und es muss irgendeine Magie geben mit der Keterik, den sie als Anführer der Absoluten sieht. Wir sehen das nicht so. Wir hatten eine Vision von einem Kreis von Gedankenschindern und der kann nicht Keterik Torm sein. Aus unserer Sicht. Aber sie fragt uns ja auch nichts. Sie ist sich ja ganz sicher. Also, Trinke finde ich alle, also, die finden ja alles ein bisschen komisch hier. Die ganze Situation. Naja, also sie sagt, ähm, die Magie, mit der diese Larven unter Kontrolle und von einer selbst gewählten und selbst initiierten Zeramophose abgehalten werden, ähm, diese Magie muss in den Türmen des Mondaufgangs sein und die brauchen wir. Und wenn wir die verstanden haben, dann können wir vielleicht auch, äh, uns heilen. Ne? Das ist, das ist bla bla. Ne? Das ist aus Sicht von Trinke, ist das nur dummes Gerede. Sie hat ihr überhaupt nichts anzubieten, das gefällt Trinke nicht. Aber dennoch führen uns unsere eigenen Nachforschungen ja auch dorthin. Wir wissen aber auch, dass uns Shahira hier offensichtlich überhaupt nicht hilft. Zumindest nicht mit Rat über Traumbesucher und warum die Zeramophose nicht stattfindet und diesen ganzen, diesen ganzen Kram. Sie hat auch keine Idee, wie ein Keterik-Turm, bei dessen Erschlagung sie selbst dabei war, jetzt irgendwie, woher die, der überhaupt diese, diese, diese Larven nimmt. Wo kommen die denn her? Aus, aus seinem Bauchraum oder wo kommen die hergekrabbelt? Das ist alles, ihre Geschichte ist völlig unschlüssig. Sie sollte mal den Wein trinken. Ich habe einige Fragen. Also, Dringil ist not amused, um das mal so auszudrücken. Trotzdem, wie erreiche ich ihn? Die Türme sind von Schatten umgeben. Du bist nicht unsere einzige secretische Waffe. Isabel. Ein vertrautlicher Kleriker von Seluna und eine Licht in der Schmerzen. Sie schießt die Mondschild um die Inn. Das ist die einzige, weshalb wir noch alive sind. Sie ist upstairs, in ihren Kampen. Sag ihr, ich sende sie. Und sie wird dich durch die Schäden sicher sehen. Das ist die nächste Inspiration. Will ist inspiriert unter Helden. Noch irgendwas? Nein. Willi, was hat mir so gefallen? Jahira treffen und es dir nicht mit ihr verscherzen. Ich war kurz davor. Die hat, also wirklich, sie hat nichts anzubieten. Überhaupt gar nichts. Nicht mal hier so ein Beutel voller starker Heiltränke. also wirklich, das, also Dingle findet das grad ganz, ganz mies, wie er hier behandelt wird. Mo. Mo, wir müssen reden. Äh, Mo natürlich. Ach nee, das ist Mattis. Egal, du weißt, wo Mo ist. Willkommen I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Mordemon in two hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! Ever heard of the Blade of Frontiers, kid? If you like monster smashing, you might be a fan of his work. Who's that? A lovely chap. Didn't kick ass in the blood war, but that's neither here nor there. That's true, but he never got kidnapped by a devil either. Sorry kid, look, forget about us begrudges and bruises. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Nice try, shorty. Keep it up though and you'll be with the Greats in no time. Also, ähm, Mattis, dessen Hände von Dringil ununterbrochen beobachtet werden, erkennt Karlach wieder und, ähm, erzählt, wie er beobachtet hat, wie sie in Avernus irgendeinen Schlunddämon mit zwei Hieben besiegt haben soll und, äh, kriegt leuchtende Augen, dass er sie hier so von nahem, ähm, kennenlernen darf und Will macht auf sich aufmerksam, fragt, ob er auch die Klinge der Grenzen kennt, aber Mattis hat davon nie gehört und, äh, Karlach gibt ihm noch den Rat, dass er lieber mit Köpfchen als, äh, mit Muskelkraft kämpfen soll und das, diesen Hinweis nimmt Mattis gerne an und versucht ihr wieder so einen komischen Ring zu verkaufen, aber nein, netter Versuch kleiner, aber noch weiter so, dann gehörst du bald zu den ganz Großen unter den Gaunern. Also Trinky fühlt sich hier so ein bisschen sich in seiner eigenen, äh, Berufserfahrung jetzt hier irgendwie, wie soll man sagen, bedrängt, ja, deswegen zu den ganz Großen unter den Gaunern? Was ist denn das für ein Ratschlag? Aha, okay. So, also, hier, äh, seht nur, wir sind jetzt offiziell und Mol hat mir die Verantwortung gegeben, was darf es sein? Was hast du denn so für besondere Kunden wie mich? Hm, ich muss es nicht sagen, es zu niemandem aber ich habe etwas ziemlich Besonderes in Stock. Ein Schlüssel. Was sieht es aus? Was ist es öffnet? Welche Schäden hinter seinem Lock? Das ist für einen lucky Buyer zu finden. Mol gab es mir und gesagt, ich sollte es gehen zu allen Jackaday. Okay, also hat er irgendeinen Schlüssel zu verkaufen, den er von Mol hat. Wofür er ist, weiß niemand und Trinke fragt sich, mein Gott, wofür brauche ich den Schlüssel? Jetzt können wir ihn übers Ohr hauen. Na. Okay, wir überzeugen ihn. Meinst du, Mol hätte ihn dir gegeben, wenn er was wert wäre? Das ist ein böses Argument, aber das ist ein gutes Argument. Oh Gott, die Schwörung haben wir sogar noch. Gehen wir das hin? Ja, es darf keine Inspiration verbrauchen. Na gut. Ich meine, vielleicht. Vielleicht. Motiv erkennen. Du hast doch so viele tolle Sachen in diesem Gasthaus gefunden. Was ist so wichtig an einem alten, staubigen Schlüssel? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen was ausfänden. Hm. Ich glaube, es ist ein bisschen alt. Hier. Zähne mit Schlüssel. Nicht schuldig, mach einen Gander auf dem frühen Schlüssel. Wofür der ist, das wissen wir auch nicht. Wo ist unser Schlüsselring eigentlich? Äh, hier. Komplexer, versilberter Schlüssel. So sieht er aus. Ey, die haben echt für jeden Schlüssel so ein eigenes 3D-Modell gebaut. Und so gut wie kein Spieler guckt sich jemals so ein 3D-Modell von so einem Schlüssel an. Das ist eigentlich Verschwendung. Okay, also turmförmig. Wir wollen zu dem Turm des Mondaufgangs. Vielleicht war das ja gerade schlau. Wer weiß. Willkommen zurück. Schlüssel. Hast du etwas in particular? Es gibt gar kein Handel Symbol unten links. Deins ist das erste frohe Gesicht, das ich seit langem sehe. Ich bin alive, nicht? Was ist noch toll? Ja, er lebt noch, oder nicht? Das ist doch toll, genau. Zeig mal hier, was du hast. Was hast du denn? Hast du irgendwas, was wir brauchen können? Irgendwas geklautes? Was ist das, ein Sendegehäuse? Außer ne, hört man, wie schwaches Flüstern aus diesem Sendegehäuse dringt. Doch, es bleibt unklar, wie Nachrichten gesendet werden. Der Rauchpulver Bomber ist nicht schlecht. Pfeil des, was? Pfeil des Spatzentötens? Was ist denn das? Das ist doch ganz offensichtlich ein Pfeil des Konstrukttötens. Magische Waffe zum Töten bestimmter Kreaturen. In diesem Fall Spatzen. Der Pfeil fügt den armen geflügelten Kerlchen schwere Wunden zu. Hä? Löffel der Salzigkeit. Beim Salzen sorgt dieses schattenverflucht und siehe stets dafür, dass entweder zu wenig oder zu viel Salz beigefügt wird. Es ist nie die richtige Menge. Solche Tücke sucht ihresgleichen. Karaffe des fast endlosen Wassers. Aus dieser Karaffe kommt bisweilen tatsächlich kein endloses Wasser mehr. Aber am nächsten Tag gewinnt sie ihre Eigenschaften zurück. Oder am übernächsten. Ganz seltsam. Angel der Wachsamkeit. Der Träger dieser Angel kann nicht überrascht werden. Sofern nichts Unerwartetes geschieht. Das ist alles Plunder. Tänzelnde Schuhe. Immerhin Akrobatik und Rüstungslasse plus eins. Schurken in Tiefwasser ziehen diese federnden Stiefel vor, mit der sich der Stadtwache wunderbar entfliehen lässt. RK plus eins ist natürlich eigentlich gar nicht schlecht. Das kam auch so an Schuhen. Die hat nur diese ollen Spinnenschritt Stiefel. Da finde ich die aber gar nicht schlecht, die tänzelnden Schuhe. Oh komm, wir wollen das ein bisschen Geschäft machen. Umgang des listigen Nebels. Wenn sich der Träger zurückzieht, erschafft er zusätzlich eine Nebelwolke mit einem Radius von zwei Metern, die mindestens einen Zug lang bestehen bleibt. Was heißt mindestens? Also, ich weiß, was mindestens heißt, aber was heißt maximal? Also, maximal zwei, mindestens eins? Oder mindestens eins, maximal 17? eines der Relikte der rebellischen Kinder von Duera der Tiefen. Die Kinder fanden nichts Nützliches in der Schatzkammer und waren sehr entmutigt. Am Morgen eilte ihn jedoch der Sohn des Schlüsselwärters der Schatzkammer, der die Kinder bewunderte, zu Hilfe und brachte ihnen Reichtümer, die in den Schatten geschmiedet worden waren. Naja, der Einzige, der sich häufiger zurückzieht, ist Dringil, weil ja durch diese vielen Bonusaktionen des Schurken das durchaus häufiger mal tut. Dringil trägt noch keinen Umhang, das ist besser als nix, der hier. So, aber dann noch hier. Achso, die Pfeile müssen wir gleich nochmal anschauen, ob wir da noch einen brauchen. Ich glaube, den brauchen wir, aber den kauft Dringil. Wobei, jetzt machen wir dann so, also, Karlach kauft sich diese Stiefel, ist das Öl der Verbrennung, ja, okay, Öl des Brandstifters, Unsichtbarkeit, typische Bewegung. Ja, also, das kauft sich Karlach und Dringil kauft sich, da, wenn man den Mantelplatz macht frei, du kaufst dir diesen Umhang und du kaufst dir diesen Pfeil, Pfeil der vielen Ziele, genau. So, Feuerpfeil auch nicht mehr. Gut. Danke, Mattis. Ich hoffe, du hast mich nicht beklaut. Also, hier nehmen wir jetzt diesen Umhang, den ich nie wieder finde. Da ist er. Sieht aus wie das Wochenforskop in der Tageszeitung. Gut, okay, und dann du nimmst diese tänzelnden Schuhe. Denn wir haben ja momentan hier die Umarmung des Eichenvaters an. Der hat ja nur eine RK von 13, die eigentlich bessere Adamant- Schuppenpanzer- Rüstung. Die nehmen wir gerade nicht, wegen des gleisenden Schadens. Das heißt, du bekommst die tänzelnden Schuhe, genau. RK 16, ist doch gar nicht schlecht. Achso, die Schwertmeister- Handschuhe kann man dann wieder dir geben, weil du dann hier die eine RK von den Handschuhen verlierst. Was ist jetzt besser, die RK runter zu dimmen? Ja, ist besser. Weil Karlach ja auch von den Untoten getroffen werden muss, damit dieser gleisende Gegenstag überhaupt ausgeführt wird. Wenn sie der RK von 30 hat, ist das halt doof. Diesbezüglich. Gut. Hier liegen einige Dinge rum, die wir einstecken könnten, aber Lass uns erst mal mit den anderen reden. Wer bist denn du? Kennen wir dich? Ceres. Kennen wir dich? Warst du einer der Wachen da oben irgendwie über dem Tor von Smaragdain? Okay, wir kennen sie nicht. Sie erzählt, sie hat uns in Smaragdain verpasst. Sie war als Spellerin draußen unterwegs, aber sie hat natürlich von Zeflor erfahren, was wir gemacht haben und sagt dann am Ende, wie schade, ihr habt sie aus der einen Todesfalle befreit, nur damit ich sie in die nächste buxiere. Wir fragen mal, Zeflor auch hier irgendwo? Nein, und mehr als die anderen mit ihm. Wir wurden ambushed in den Kursen Land. Cultists dieser Absolut Zeflor frohs begann uns zu surrender, aber sie waren mit uns, machen Beispiels, und wir hatten genug von es. Wir haben uns die zu haben zu bis wir finden das Ort . Die anderen vielleicht die Der Kultgarten. Vielleicht der Kurs. Wer sich losreißen konnte, ist einfach gerannt. Bis wir diesen Ort gefunden haben. Die anderen, vielleicht hat der Kult sie erwischt. Vielleicht auch der Fluch. Was habt ihr überhaupt hier gemacht? Ihr wolltet doch nach Baldur's Tor. Diese Armee der Absoluten ist großartig und fließt nach dem Moonrise. Es gibt jetzt weniger, als Goblins auf der Straße. Ich dachte, wir könnten uns nicht bemerkt durch die Fringes dieses Pläts. Escapte das Owlbeer, indem sie in ihren Schäden schlagen. Du kannst genau sehen, wie gut das ging. Okay. Also, eigentlich haben wir sie ja nach Baldur's Tor geschickt und eigentlich führt die Straße nach Baldur's Tor nicht durch die schattenverfluchten Lande. Das wäre auch seltsam, weil ja sonst, seitdem es die schattenverfluchten Lande gibt, seit 50 Jahren mindestens, wäre ja sonst hier die Handelsstraße am Chionta blockiert. Aber es ist hier offenkundig nicht. Aber sie sagt, es sammeln sich ja diese Truppen der Absoluten hier in der Nähe. Und da sind jetzt schlimmere Kreaturen als Goblins unterwegs. Deswegen war es wohl ihr persönlicher Plan, den Flüchtlingsdreck am Rande der schattenverfluchten Lande entlang zu führen. Und das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Hm. Zevlor hatte Hoffnung. Er hat ihn nicht beschädigt. Na, sie ist ein bisschen angesäuert, weil Zevlor auch Hoffnung hatte und es hat ihm nichts genutzt. Aber immerhin, sie anerkennt unseren Versuch hier irgendwie für gute Stimmung zu sorgen. Hier haben wir unsere Bardin. Wie hieß die denn nochmal? Alfira, richtig. Ihr seid wohl auf. Gute Güte. Ich hatte Angst, dass sie euch auch gekriegt hätten. Ich habe gehört, was passiert ist. Die Leute wurden nach Mondaufgang gebracht. Oh je, sie erzählt uns ganz schauerliche Dinge. Also, sie ist traumatisiert. Sie sieht die Ereignisse immer wieder vor ihren Augen. Ascharak, das war glaube ich, war das der, der in Schmaragdheim mit einigen der Tieflingskinder trainiert hat. Glaube ich. Er hat den Kindern Mut gemacht, Mut zu besprochen. Deswegen haben sie ihn ausgewählt. Da musste sie sich hinkriegen. Zuerst haben sie die Augen ausgestochen und dann seine Zunge abgeschnitten. Ich habe schon viele üble Überfälle miterlebt, aber das übertrifft wohl alle. Es tut mir leid. Aha. Sie sagt, Roland hat uns gerettet. Er sagte, er sei wegen euch im Heim geblieben. Und ich bin verdammt froh darüber. Ohne ihn wäre keiner von uns hier. War war denn Roland nochmal? Roland, der Magier in Ausbildung. Ja. Er schiebte mich und die Kinder. Als seine Bruder und Schwester rutschten die Kultisten. Kal und Lea wurden weggeworfen. Er schiebte mich und die anderen weggeworfen. Roland hat es nicht so gut genommen. Wir sind keine von uns. Ich bin ehrlich gesagt. Wie machst du das? Wie machst du es? Geht? Also, Roland war ja dieser Magier, der bei irgendwem in Baldors Tor eine Ausbildung beginnen wollte. Und er hatte ja zwei Begleiter, ein Mann und eine Frau, das waren offenbar seine Geschwister. Das weiß ich, das war mir so gar nicht klar geworden. Und die haben die Kultisten angegriffen, während Roland die Kinder, Zafira, ne Alfira heißt sie ja, und sich selbst irgendwie durch ein Schild geschützt hat. Ja, und seine Geschwister sind wohl mit verschleppt worden. Das fand Roland auch nicht so toll. Und Alfira endet ihre schauerliche Erzählung mit der Frage, wie schafft ihr das? Wie könnt ihr weitermachen? Du machst es so einfach so einfach. Aber ich werde versuchen. Du hast schon so viel für uns getan. Aber ich muss fragen. Die anderen werden immer noch draußen sein. Wenn sie nicht tot sind, sind sie in der Mondaufgabe. Und Gott, auf jeden Fall auf jeden Fall in diesem Höllebaut. Ja, sie findet das alles so schwierig, obwohl es aus Trinkiels Mund so einfach klingt. Und sie bittet uns, nach den, ähm, versteckten Tieflingsmüchtigen in den Türmen des Mondaufgangs zu suchen. Diese Quest haben wir schon, also nichts Neues für uns. Ja, ich glaube, ihr gegenüber sagen wir, keine Sorge, ich werde sie schon finden. Danke. Wenn jemand es kann, kann man es auch machen. Und da ist die nächste Inspiration, Mensch, Will. Premium Trinkets und Dudas. Was sind denn Dudas? Will, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Eine hoffnungsvolle Antwort auf Alfiras' Anfrage geben. Ja, geschehen, Will. So, haben wir Roland hier hinten gesehen? Wie schildert er denn die Situation? Und wer kann hier bitte mal Staub wischen? Was ist das, wie sieht das denn, also ehrlich? Ich bin ja entsetzt. Hier laufen 20 Harfner rum. Keiner hat mal Zeit, hier den Staubbeetel zu schwingen. Oder den Lappen feucht zu machen. Nein, stopp schreit! Oh. Ich bin nicht... Bumi und Ide. Was ist eigentlich mit, ähm... Mit Aradin geworden. Das ist eine wunderbare Unterhaltung. Ich möchte da einfach zuhören und genießen. Also, die beiden servieren hier im Auftrag von Jahira Getränke. Aber sie sollen nicht an Betrugene servieren. Und Roland ist offensichtlich schon besoffen. Und wird deswegen ausfällig. Jahira hat deinen miesen kleinen Hintern nicht vor den Kultisten gerettet. Sondern ich... Hm. Das scheint zu stimmen. Wir sagen, wir lenken ihn mal ein bisschen ab. Alfirat sagt, dass sie und die Kinder nur dank euch entkommen konnten. Cute. Maybe she writes a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the grove, none of this would have happened. Okay, jetzt sind wir also schuld. Aha. Also, er bestätigt Alfiras Geschichte. Sagt, sie können ja eine Ballade darüber schreiben bei Gelegenheit. Und sie soll die Stelle auslassen, als seine beiden Geschwister schreiend davon geschleift wurden. Und dann sind wir an allem schuld. Nämlich, wenn ihr ihnen im Hain nicht all diesen selbstgerechten Helden Mist in die Köpfe gepflanzt hättet, wäre das alles nicht passiert. Hm. Na, da reagiert Riegel aber jetzt allergisch. Hört auf zu jammern und tut was. Oh, ich will. Okay, er hat vor was zu tun. Und geht oder geht nicht oder wo ist er denn jetzt? Warte mal, hier. Doch, da ist er doch noch. Gut, auf jeden Fall dieses Gesaufe endet vielleicht. Mal gucken. Sicher bin ich mir nicht. Ich habe versucht, Mr. Rowland zu erzählen, dass er auch genug genug hatte. Er hat es dann auch nicht gefallen. Ja, glaube ich. Also, hier können wir nicht weiterhelfen. Wenn es um Rowland geht, verschwindet. Geh weg. Hä? Wenn es um Rowland geht, verschwindet. Das ist auch so eine Kratzbürste im Dreikäserhook-Format. Kein Grund, unfreundlich zu sein. Sorry. Rowland snapped auch und ich es nicht mag. Tut mir leid. Rowland ist auch unfreundlich und das mag ich nicht. Das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Er hätte sich nicht so benehmen dürfen. Genau. Er ging durch drei Bauten, bevor ich ihm zuhören sagte. Es war für seine eigene Gute. Er kann gar nicht direkt stehen. Ja, er wurde schon drei Flaschen eingeschenkt, bevor hier der Nachschub versiegte. Zu seinem Besten. Er kann ja kaum noch stehen. Hm. Ich verstehe. Du wolltest sich um ihn kümmern. Ja. Er hat uns nachher schockiert. Insofern ist es seine Lauf. Na ja, natürlich wollte er sich, äh, Ida kümmern, denn er hat, äh, Rowland hat ihn ja gerettet. Na ja, es ist sowieso sein Pech. Wieso sein Pech? Ich habe dieses Buch gefunden. Alt, schade, voll von verrückter Letternen. Ich bin ziemlich sicher, dass es magisch ist. Ich war es zu Rowland geben, damit er neue Spelle lernen konnte, du weißt? Er trinkt, bis er erinnert, die, die er kennt. Also, jeder hat irgendwo ein staubiges altes Buch gefunden mit voller, voller merkwürdiger Zeichen. Bestimmt ist es magisch. Ich wollte es Rowland geben, damit er neue Zauber lernen kann, wisst ihr? Besser als zu trinken, bis man die alten vergessen hat. Okay, okay, das hat er aber noch nicht gemacht, offensichtlich. Hm. Oh, können wir das haben? Wir haben einen Magier, also im Lager. Ist ja gut. Es ist für Rowland. Na komm, Trigil. Das ist ein Schurke, das geht schon. Hoffentlich. Wobei, bei dem haben wir noch Pech. Also, schließlich hat es gerade 14. Willst du ihm das wirklich geben, nachdem er sich so benommen hat? Nee, Punktlandung. Ich glaube, du kannst es dann haben. Ich bin nicht interessiert. Der Weg des Wanderers. Was ist denn das für ein Unfug? Wo ist das überhaupt? Da. Dieses Buch riecht angenehm nach Papier und Tinte. Lesen. Okay, also, Ide konnte das nicht lesen, aber ich glaube, Ide kann überhaupt nicht lesen. Für den ist alles voller merkwürdiger Zeichen. Wie soll ich nur ausdrücken, von dem ich tief in meinem Inneren weiß, dass es wahr ist? Ich wünschte, ich könnte euch, die ihr diese Worte lest, in meinen Kopf und mein Herz einladen, um meine Gefühle zu teilen. Vielleicht könnte ich dann aussprechen, wofür mir die passenden Worte fehlen. Dass zu Hause nicht zu Hause ist, außer man ist fern von zu Hause. Dass Liebe keine Liebe ist, solange sie einen nicht überwältigt. Dass der Himmel unermesslich groß ist, solange man ihn nur sieht. Versteht ihr mich? Ich glaube nicht. Aber vielleicht erschafft das rastlose Trippeln dieser Worte einen Rhythmus, der an die Freude von Füßen auf der Straße erinnert, denen die ganze Welt offen steht. Das ist, dringiert zu seltsam, das Buch. Ich hatte einen Sitz von einer Bottle, die jemanden nicht beendet hat. Es war nicht sehr nett. Das ist wie Spendor! Habt ihr ein Handelsinventar? Du vergisst etwas? Ich wollte mal gucken, was ihr so... Oh, ein Fisch. Scharfe Krabbensuppe. Na gut, wir sind hier am Ufer. Masemba, Eiswein. Eiswein ist lecker, aber wir haben genug Alkoholika, ehrlich. Das kauft man jetzt nicht. Danke. So, ich nehme an, die beiden haben das gleiche Inventar, richtig? Mr. Rowland ist nicht in einem sehr guten Mood. Ja, das stimmt. So, Mr. Rowland, wir haben ein Buch für dich. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe und ich brauche keine Hilfe. Er ist ganz schlechter Laune. Er hat aber nichts, was wir brauchen können. Wir fragen mal, wo sind eure Geschwister? Oh, jetzt, jetzt platzt es aus ihm hervor. Tod, Fräulein, oder in der Kultstower, mit den anderen, die aufgenommen wurden. Tod, soweit ich weiß. Oder mit den anderen Gefangenen im Turm des Kults. Ja, wir nehmen mal Option 2, aber es dringend wird es anders formulieren. Wenn sie noch leben, werde ich nach ihnen suchen. Oder wir gehen eh in die Türme des Mondaufgangs. Und wenn wir sie finden, werden wir sie retten. So, in der Richtung, wo du dringend geht, das formulieren. Sie sind meine Verantwortung. Du gehst und schaffst die Welt. Ja, 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 ja. Okay, das will er nicht. Das ist mir aber völlig egal. Seit wann hört Trinkel auf so einen besoffenen Magier? Gut. Was haben wir denn hier? Diese Tür wird ständig auf und zu gemacht. Oh, hi, Mircon. Ist der Zimmerjunge oder was? Bleib doch mal stehen, ich will dich ansprechen. Ah! Dieses Ort ist großartig. Es gibt so viel Sachen. Ja, also dieses Gasthaus scheint auch schon verlassen gewesen zu sein. Es gibt hier niemanden, der zu dem Gasthof gehört. Patience. Oh. Oh, das ist so kürzlich. Oh. Geheimvercheck-Alarm. Wir finden was in dem Gasthaus zum letzten Licht hier. Sie können mich schreiten. Haben Sie noch keinen Träger gesehen? Was für ein Schatz? Hafner, boah. Lose Planke. Wir haben einen Schatz gefunden, während sich Mircon überschätzt und alt mit einem völlig überforderten Hafner. Die Schrift im Tagebuch ist alt, aber die Seiten sehen noch frisch aus. Wie lange muss ich hier noch ausharren? Ich wollte schon vor einem Zehntag in Baldurs Tor sein. Aber dieser verfluchte Zöllner weigert sich standhaft, meine Papiere anzunehmen. Wenn Vater das erfährt, wird er außer sich sein. Dieses Dorf ist irgendwie seltsam. Die Leute hier machen den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen. Die Schreine der Mondmeid scheinen ungepflegt und verwahrlost. Ich hatte gehofft, mehr über Keterik Thorm, den Vorscheher des Dorfes, zu erfahren. Aber sein Name scheint die Leute hier aufzuregen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch länger als eine Stunde an diesem abscheulichen Ort aushalte. Aha, das ist ein Dokument, das noch zu Lebzeiten von Keterik Thorm geschrieben wurde. Das ist also einige Jahrzehnte alt. Wir finden ihm beigefügt einen Schneesturmring. Wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, das könnte zum Beispiel Will, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Eis mit einem Durchmesser von viereinhalb Metern. Das ist nicht wenig. Und darauf können die Gegner dann ausrutschen. Das ist nicht schlecht. Eine ganze Reihe von Namen wurde im Inneren des Rings einer nach dem anderen durchgestrichen. Das letzte Wort, das unberührt blieb, ist kein Name. Dort steht nur Meiner. Das ist schön. Ich glaube, die Notiz können wir hier liegen lassen. Aber den Ring, den nehmen wir. Der ist echt nicht schlecht, der Ring. Das können wir echt... Hier haben wir noch einen freien Ringplatz. Das müssen wir mal ausprobieren. Gegen Schatten ist das natürlich unlustig. Aber gegen ohnehin nicht so agile Zomboide. Wir müssten doch eigentlich gar nicht so gut gegen Ausrutschen würfeln können, oder? So ein Zombie, wenn der rutscht, dann rutscht er doch. Oder er friert gleich ganz fest mit seiner Fußsohlenhaut. Naja, Details. Okay, schön. Hier geht's... Hier geht's nach draußen. Naja, komm. Wenn man hier einen Rundgang macht, dann macht man einen Rundgang. Die machen hier zu. Die andere Tür machen die anderen zu. Die drinnen. Ja gut, also... Es scheint hier kein Stehlen zu sein. Dieses Durchsuchen von Containern. Weil die Hafner hier ohnehin alles nur so übernommen haben, wie es hier halt schon war. Das gehört denen gar nicht. Das gehört irgendwem, der womöglich schon lange tot ist. Dann mach ich mal ein bisschen Licht. Wir haben's doch. Wir sind hier über diesem Hafenbecken. Ist ja einfach dazu. Da ist nix. Naja, das hat irgendwer hier reingelegt. Das ist noch gut. Frag mich nicht warum. Ja, wir nehmen's einfach mit. Das ist nicht mehr gut. Das auch nicht. Irgendwelche verfaulten Tomatenreste. Na, der Weinkeller. Ach, lasst uns bitte keinen It-Bahn quäten. Bitte nicht. Wir lassen den Wein mal hier. Ja, das ist ja auch für die, die hier halt gerade sind, ne? Was sind das hier? Neu... ...noch nicht bekannt geformte Weinkaraffe, aber... ...das lassen wir alles da. Schmale Flasche war auch neu. Pharsianischer Sumpfwein. Bitter und wässrig, Igitt. Hafner Bohr. Gut zu sehen, dass du noch wohnst. Das ist das Beste, was wir hoffen können. Oh, der ist guter Dinge. Ist freundlich. Bin ich, bringe gut. Hier geht's nach oben. Da wartet... Ihr wisst schon wer. Hier wartet aber erst mal Mol. Sie hat mit größeren Fischen zu sprechen. Wer bist denn du? Raphael. Nicht dein Ernst. Der hat sich hier reingeschlichen. Und Jahira merkt's nicht. Ach, die Last doch garantiert keinen Teufel hier. Okay, also mit Raphael... Da... Was ist das für ein komisches Verbogenes? Ach so, das ist... Hat hier so Treppen. Verstehe. Ähm... Da sollten wir vielleicht Astarion holen, wenn wir ihn jetzt hier schon sehen. Also die Helden erkennen ihn natürlich wieder. Hey Mieze, was hast du hier mitbekommen? Hiss. Ich sage Hiss. Kannst du jetzt Seine Majestät? Fauch. Ich sage dir Fauch. Was hat dir denn das Schnurrhaar zerrauft? Das ist mein Territory und du bist in es. Das ist mein Revier und du bist darin. Hm. Okay, die will kratzen und beißen, deswegen... Trinkiel würde nie behaupten, dass seine Absichten lauter sind. Gut, wenn die Katze auf Krawall gebürstet ist, dann soll sie. Aber doch bitte woanders kratzen. Tut mir leid, ich bleibe auf Distanz. Wahrscheinlich, du wirst. Oder du findest meine Klaas, die festzuhalten in deinen Klaas. Hm. 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 Sie droht unflädig damit, Trinkiel zu kratzen. Aber, ja, das bleibt erst mal. Un-gekratzt alles, was Trinkiel da so rumhängen hat. Barkus wrot. Ah, ihr habt den Weg gefunden. Gut. Ah, ihr habt den Weg gefunden. Gut. Was macht ihr hier? Ich wollte schon mal eine Auskunft schaffen, ob böse Überraschungen warten. Und das tun sie. Und was habt ihr gefunden? Shades, Death, Harpers, Flaming Fist, and this, of course. And the Makings of an Alchemists' Workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you still going to help Wulbrin and the others. Hm. Ja, Wulbrin. Ja, das ist, langsam reicht's. Also, er hat beim Auskunftschaften vieles gefunden. Schatten. Was hat er gesagt? Schatten? Was war das? War das noch? Schatten. Tot. Na gut, Hafen, Flaming Fist, und ich glaube, also nichts, was wir noch nicht gesehen hätten. Und es ist am Ende hier gelandet, hat hier die Gerätschaften eines Alchemisten gefunden. Und mit auch einem Rezept und auch Zutaten. Und er will versuchen, dass das Rezept uns irgendwie hilft. Wenn wir noch bereit sind, Wulbrin und den anderen zu helfen. Ja, natürlich machen wir das. Quasi nebenbei, um uns selbst zu helfen. In diesem Fall wird ihr sehr glücklich sein, was ich für Sie habe. Jetzt bin ich aber echt überrascht. Er sagt, ich muss es im Original vorlesen. Also, wir beschädigen, dass wir den Gefangenen in den Türmen des Mondaufgangs helfen wollen. Und er antwortet eher allen Ernstes. Dann wird es euch freuen zu hören, was ich für euch bereithalte. Ein neuartiges Rauchpulver. Okay, ich sag nichts mehr. Ich hab das nicht richtig verstanden. So spektakulär und effektiv wie das Original. Doch mit einer zusätzlichen Überraschung. Ich nenne es die scharfe Reaktion. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr dieser Hölle überleben wollt. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr die Türme des Mondaufgangs gelangen und den Tiefenum dort helfen wollt. Und ihr werdet es brauchen, wenn ihr Wunder helfen wollt. Okay, ich hatte kurzzeitig Runenpulver verstanden und wollte anmerken, wieso kennt er jetzt plötzlich das Rezept für Runenpulver? Aber nein, er kennt es nicht. Er hat Rauchpulver hergestellt mit Vanillearoma oder irgend so etwas. Wir sagen mal, ich dachte, das sei unsere Mission. Und wir sagen, ein Ding, ein Ding. Ein Gnome deep wird nicht weit entfernt in die Orgie der Absolut. Wir haben bereits das gelernt in der Unterdark mit dem Dwergar-Dwergarten, nicht wahr? Es ist doppelt wahr in diesem Ort. Du, auf der andere Seite, hast du gewusst in dieser Infiltration verstanden? Ich mache meine Rolle, according zu meinen Talenten. Und du, ich hoffe, wird es dir machen. Der brillante Reaktion wird dir helfen. Darum werde ich es machen. Was tut das Ding denn überhaupt? Lass uns nicht die Überraschung verhören. Du, du machst, was du machst. Niemals von uns betrachten wir dich. Er wird uns die Wahrscheinlichkeit verderben. Ja, aber... Was jetzt? Ist die scharfe Reaktion bereit? Nein. Und die Kraftwerke verhören wird nicht alles aufgerufen. Okay. Okay. Ich glaube, die Katze verträgt sich echt gut mit dir. Wir kaufen dir ein paar Sachen ab. Oh, schöne Sachen. Oh, die haben eine Pfeile, sag ich euch. So, das will ich haben. Den brauchen wir nicht. Den nehmen wir komplett. Äh, den nehmen wir komplett. Den nehmen wir. Oh, das ist ein anderer. Guck mal, Pfeil des Apparationentötens. Das ist nicht ein Pfeil des Drachentötens. Wow. Äh, den Pfeil des Blitzes werden wir gebrauchen. Oh, ist das alles teuer? Feuer haben wir. Ilmata auch. Monstertötenpfeil. Sondern hier, wir haben Konstrukttötenpfeil. Das decken doch alle gar nicht. Ach du Scheiße, gibt es hier viele Pfeile. Na gut, aber für irgendwas muss man ja Geld ausgeben, ne? Ich entscheide mich für Pfeile. Äh, wir haben auch, ach guck mal, das wollen wir auch haben. Die Kleinen kaufe ich vielleicht nicht, aber die Großen, die kaufe ich ihm mal ab. Wegen der Freundlichkeit. Oh, die können wir der Katze umbinden. Um den Schwanz. Akrobatenschuhe. Handschuhe des Automaten. Rettungshilfe stärke. Mhm. Schalttafel. Was ist denn Schalttafel? Du giltst als Konstrukt. Deine Waffenangriffswürfe sind im Vorteil. Und du bist gegen Blitzschaden resistent. Was die alle so mit sich rumtragen. Barokos Tagebuch. Warum sollte er uns ein Tagebuch verkaufen? Das ist nicht logisch. Das könnte man ihm mal klauen. Ja, den Rest würde du hier nicht kaufen. Gut. Das ist ja auch echt teuer genug. Na gut, wir haben 11.000. Also das ist 10% dessen, was wir haben, geben wir aus. Und wir haben noch jede Menge Zeug, den wir verkaufen könnten. Das wir verkaufen könnten. Wie auch immer. So. Sehr schön. Na, wenn du dich durch meine Sachen gewöhnt hast. Äh, wir wühlen nicht durch deine Sachen. Wir wühlen nicht durch deine Sachen. Wir wühlen durch dein Angebot. Du hast gerade 1.200 Goldstücke verdient. Also ehrlich, beschwere dich mal nicht. So, gut. Erdgeschoss ist durch, oder? Fehlt noch irgendwas? Hier. Ach, du meine Güte. Oh je, wer ist denn das? Ah, Beraterin Floric. Ah, das sind die flammenden Fäustlinger. Gut, mit denen müssen wir auch sprechen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel für diese Episode. Deswegen machen wir das gleicher Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin. Oh, der Plan ist zu tun. Oh. Oh. Oh.